Guten Tag, hier spricht Karlchen, die automatische Fahrplanauskunft für Zugverbindungen am Frankfurt-Lauptbahnhof. Ich werde Sie nach Ihren Wünschen fragen, die Sie mir bitte über die Wählscheibe bekannt geben. Folgen Sie dabei meinen Hinweisen und legen Sie den Hörer zwischendurch nicht auf. Ich werde Ihre Angaben bestätigen. Sollte ich Sie falsch verstanden haben, dann wählen Sie bitte eine Null. Schauen wir an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020